Wow! Du Sack! Du Sack! Ich lade dir helfen, du hast meinen Affen getötet! Leute, Leute, damit ganz herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Risen 2 Dark Waters. Wir haben jetzt schon seit Tagen nichts mehr von der Expedition gehört. Komm an, dann komm. Ach, habt ihr das nicht von der Expedition gehört? Na, dann ist das wohl euer Problem. Gut, tja, wir befinden uns gerade eben auf dieser formschönen Insel mit Namen. Mal kurz gucken, wie hieß sie? Wo sind wir? Ne, das waren wir nicht. Da waren wir nicht, da waren wir nicht. Da sind wir, die Bucht von Marakai. Genau, in der Bucht von Marakai sind wir gerade suchen nach einem von den formschönen Inquisitionsspinnern, der sich offensichtlich dazu entschieden hat. Oha, was ist denn hier? Okay, um dieser Insel etwas zu suchen, ja, wir wollen uns erstmal ein bisschen ausrüsten. Was? Wie kommst du hier rein? Weil Des meint, du hättest vielleicht Ausrüstung. Ach so. Na gut, wenn das so ist. Du siehst ja, was hier los ist. Unsere ganzen Vorräte liegen im Meer oder am Strand verstreut. Jederzeit könnte uns irgendwer oder irgendetwas angreifen. Und ich versuche, die ganzen Sachen in Ordnung zu bringen, die uns geblieben sind. Wow. Äh, okay. Ich will dir was kaufen. Kann ich was bei dir kaufen? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, wenn du mir einen Gefallen tust. Und was wäre das? Ähm, unten am Strand liegen noch einige Vorratsfässer herum, die nicht zerbrochen sind. Wenn ich noch weitere Sechsfässer kriege. Okay. Oh, nee, warte. Wir kommen doch auch ohne die Fässer ins Geschäft. Nicht wahr? Na gut. Ich habe noch genug Ware, um mit dir handeln zu können. Aber auf lange Sicht werde ich die Fässer trotzdem brauchen. Ja, schon gut. Ich besorge dir deine Fässer. Das wäre mir eine große Hilfe. Das machen wir. Da können wir ein bisschen Ärger dafür. Aber erstmal, zeig uns mal, was du Schönes hast. Exotischer Säbe, ja. Oh, ja. Auf jeden Fall. Oh, da haben wir nicht genug Gold. Aber den will ich haben. Dafür geht jetzt kein Weg dran vorbei. Jetzt haben wir noch Expeditionsflinte. Hat die irgendwas besser? Sieht nicht so aus. Gut, Muskete hat es ein bisschen mehr. Aber ansonsten, nö. Nö, 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 nö. Guter Dreispitz. Nee, brauchen wir auch nicht. Ansonsten haben wir auch gerade erstmal... Nö, da ist... Vielleicht können wir doch irgendwas verkaufen. Da können wir uns gleich dieses schöne Schwertchen mitnehmen. Ah, ja, da haben wir doch noch was. Schale, Schale, Kerzenleuchter, Graffe, Silber Natella, Silber Pokal. Ja, genau, alle vier. Das dürfte jetzt eigentlich, glaube ich, schon reichen. Nee, dich wollen wir nicht. Dich wollen wir. Genau. Jawoll, ja. So habe ich mir das vorgestellt. Wieso bist du mitgekommen auf die Expedition? Ach, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Eine Reise in ein fernes, grünes Land, haben sie gesagt. Ein Land, das die dunkle Welle verschont hat. Also dachte ich, das wird ein tolles Abenteuer. Berge voller südländischer Früchte, Lagerfeuer am Strand. Und wenn wir zurückkehren, sind wir Helden. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße fest. Oh, du armes kleines Würstchen. Na, dann gucken wir erstmal kurz mal in unser Inventar. Gucken uns gleich mal diesen formschönen neuen Säbel an. Oh, jawoll, ja. Oh, der macht Auer, der macht richtig Auer. Na gut, wir können erstmal kurz nach den Vorratsfessern gucken. Warum auch nicht. Ein bisschen Erre können wir gebrauchen, da können wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Und was wird da unten schon sein? Krabben und dieses andere Viehzeugs. Wie sind sie? Sandläufer. Ähm, ich sehe noch gar... Ach, da unten, da, da ist ein Fässer. Ein Vorratsfass? Äh... Oh, oh. Oh, oh, oh. Patty, 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 wo ist Patty? Ah, dahin kommt sie. Gut. Patty, ich habe hier, äh... Ja, genau, das Geflügel geht mir ein bisschen auf den Sack. Wupp. Patty! Verdammte Axt, das gibt es doch nicht. Ah ja, ist schon klar. Oh. Ach, egal. Speck bei neuen Säbel. Oh. Oh, 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 oh. Oh ja, der ballert. Der ballert einfach richtig. Finde ich gut, finde ich gut. Werde ich mal halten, auf jeden Fall. Ach, das ist so ein wuchtiges Teichwein. Boah. Besser, wir nehmen es mit. Ja, das nehme ich auch mit. Also, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren. Ah, noch ein Vorratsfass. Eins fehlt noch. Das kann ja nicht weit sein. Was soll man hier? Würgeranke, nehme mal mit. Ansonsten... Oh, war es eine Muschel? Das war eine Muschel. Äh, irgendwo muss hier doch noch eins sein. Oh, vielleicht auch auf der anderen Seite vom Strand. Kann natürlich auch sein. Ja, ja. Die unbezwingbare Kante. Schon klar. Müssen wir mal Treppen nehmen. Äh, nee, am Trudern lasse ich jetzt meine Wut mal nicht aus. Oh, roher Fisch. Welche Freude. Dann machen wir doch gleich mal. Ja, Proviant. Und hier auch nochmal Proviant. Also, geht doch. Kein Problem. Ach, das Äffchen. Sehe ich gerade nicht. Jetzt habe ich ja gerade vergessen, dass wir das auch noch haben. Nützt uns aber gerade nichts. Wir brauchen nämlich noch das Fässchen. Fässchen, Fässchen. Allöle. Fässchen, irgendwo. Fässchen, kleines Fässchen. Fässchen. Hm. Bis ich dieses Schiff da so ranmanövriert habe, ist mir auch ein Rätsel. Nö, sieht irgendwie hier nirgendwo nach Fässchen aus. Also muss es doch noch hier irgendwo hier drüben sein. Irgendwo im Sand vergraben. Oder sowas. Ach, hier. Da kann ich langlaufen. Okay. Das heißt, ich finde hier bestimmt ein kleines Fässchen. Äh. Nö. Was? So eine Scheiße. Ich meine, wie unschön. Fässchen? Äh. Ach, hier. Ne, doch nicht. Das war nur ein Schatten. Ach, elend. Ich muss jetzt hier einfach in diese verdammte Frack rein, oder? Ne, ist aber nicht. Das ist wohl eher nicht. Nein. Nein, das wird es nicht sein. Es muss hier irgendwo rumliegen. Ist aber nur nichts. Ich meine, mit nichts ist ja wirklich gar nichts. Oder haben wir vielleicht sogar schon alle dabei gehabt. Warte. Äh. Marakei. Ne. Da fehlt tatsächlich noch eins. Wo wollen wir mich denn verscheißern? Ich meine, so weit kann das doch gar nicht weg sein. Ich meine, klar hat eben diese, ähm. Es haben wir mit so und so viel da und da von da unten liegen, die hat es schon in jedem Teil von Gothic irgendwo mal gegeben. Ich meine, äh, von dem Brauenspiel von Piranha Bytes war auch in Wissen so, war in Gothic 3 so, Gothic 2. Die Mission halt eben, ja, gut, relativ nervig. Vor allem, wenn es halt eben immer so ein Teil irgendwo noch versteckt. Aber damit müssen wir jetzt wohl leider, leider, höher leben. Lebt. Ah. Nein, ich finde hier gar nichts. Das gibt es sogar nicht. Ich kann mir jetzt die ganze Folge damit zubringen, so ein verkacktes Fass hier an dem Strand zu suchen. Oh, was? Nö, was? Och, komm schon. Ja, genau. Lacht nur alle über den blöden Fiedel. Ach, ist das ein Mist. Ich bin ja schon froh, dass ich das mal wieder aufnehmen kann. Mir hat es ja vor kurzem mal den Computer ein bisschen zerwixt. Vor dem Ende der Welt kann man nicht fliehen. Egal, wie weit wir fahren. Und, naja, gut. Du bist eh. Festplattenformatiert, System neu aufgesetzt. Die volle Schiene. Aber jetzt geht das auch alles wieder so, wie es soll. Benimm dich hier. Ah, ja. Hier sind sechs Vorratsfässer. Das ist ja fantastisch. Sieht so aus, als wäre unsere Versorgung fürs Erste gesichert. Das ist mir ein paar Münzen wert. Im Nachhinein hat es sich rausgestellt, das Ganze war, äh, dann aufgrund einer defekten Videodatei. Wo ist es aber hier oben? Was ist das? Was ist das? Ja, hallo? Ich werde ja wohl da irgendwie hochkommen, oder? Äh, Elfchen, mach du das mal. Was? Wow! Du Sack! Du Sack! Ich lade dir helfen, du hast meinen Affen getötet! Dir geht's wohl zu gut, oder was? Oh, mein kleiner Affe! Oh! Wo krieg ich denn jetzt einen neuen her? So ein Wichser! Wo mein kleiner... Oh, guckt euch an, der liegt da! Oh! Steck ja nichts ein! Ach, halt den Rand! Na kurz hier, du mal Sack! Mein Affen getötet! Das glaube ich ja wohl nicht. Du wachst es hier, du stehst halt an! Ich wach auch viel mehr, du Sack! Ich hoffe, du vergisst das nicht! Fahr zur Hölle, Mercutio! Das kann ich aber nicht umbringen! Ich brauch dich vielleicht noch! Du bist erst tot, wenn du aufhörst, dich zu bewegen! Ja, Mercutio bewegt sich noch! Mach dir mal keine Sorgen! So, äh, gab es noch irgendwas, was wir für den erledigen konnten? Wie habt ihr Garcia in die Flucht geschlagen? Das kann dir besser unser Kanonier Marcos erzählen! Es ist schließlich sein Verdienst! Marco, ja? Wo finden wir den? Warte, mit der... Ha! Ups! Es wird Jahre dauern, nicht der Dschungel führt Zivilisten! Wo bist du, dummer Sack? Fertig und schnell helfen! Aber das dauert bestimmt noch ein Stückchen! Ähm... So! Dann... Gucken wir doch gleich mal! Ins Logbuch! Hier auf die Karte! Die Karte von Marakai! Äh... Äh... Achso, ja, stimmt ja! Ich hab ja keine Karte! Verdammt! Korrientes, ja, wo... Aber... Äh... Ach, hier, Quest-Dialoge! Äh... Na gut, dann würde ich mal sagen, wir rennen einfach mal feuchtfröhlich rein! Auf die Insel! Ah, da haben wir schon ein, äh... Monumentales Bauwerk, eine ältere Zivilisation, da kommen wir nicht rein! Nö, das... Das wird nix! Das ist... Feuervogel! Ich bin bei dir! Und... Hüp! Schmeck exotischen Säbel! Grrrr! Gut gemacht! Oh, der mit der Sack! Ich mein... Du ungutes, äh... Flügel-Fieh... Ding, äh... Ja, du ungutes... Bösartiges... Feuer... Geflügel... Ah, egal, verdammte Scheiße! So... Ne? Ach, Quatsch, so... So, jetzt! Mir kann ein Vierzylinderschluss zu schwer sein, das geht doch gar nicht! Ah, da habe ich übrigens die Kugel wieder, die ich gerade in dir reingedrückt habe. Ah, Proviant, sehr schön! Und wir... Nehmen wir ein kleines bisschen Proviant und gehen weiter in die Insel hinein. Irgendwas Schönes werden wir schon finden. Hm. Ist ja eine Sackgasse, so wie es aussieht. Ah, anscheinend können wir wirklich nur auf... Ja, wir können nur durch einen Teil in die Insel rein. Ne, das ist dann... Eher bescheidener Natur, aber... Ah, Bokopulsmalz. Ähm... Ja, gut, was heißt bescheidener Natur? Jetzt wissen wir es ja wenigstens. Schon mal ein, was gut ist. Also... Schottern wir unser Gewehr... Und begeben uns in die Richtung... Der Inselzentrum... Äh, nicht Insel, wir sind an der Küste. Also gut, auch Küste haben Inseln, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ach, guck mal. Feuervögel, welche Freude. Ihr wollt es aber unbedingt drauf anlegen, oder? Ja, sie sind... Wir jagen jetzt also eine Expedition hinterher, ja? Äh, ja. Wir müssen uns beeilen. Corrientes und seine Leute könnten in Gefahr sein. Diese Protektoren sind manchmal unglaublich. Auf der einen Seite diszipliniert und vernünftig bis zur Schmerzgrenze, und auf der anderen Seite das reinste Chaos. Ja, ja, das hast du ganz gut erkannt. Tja, da können wir jetzt aber auch nichts gegen machen. Also. Oh, was hat man denn hier? Das sieht doch noch hochkletterer Steinchen aus, oder? Nee. Doch? Nee. Okay. Schade. Ich hab gedacht, da wird mir vielleicht irgendwie ein kleines Versteck mit was Tollem. Vielleicht wieder irgendein legendarer Gegenstand oder sowas. Äh, schon wieder ein Feuervogel. Das sieht so aus, als... Ich bin geile! Oh, au! Alter, mach auf! Ach, namenloser Held. Manchmal bist du echt nicht die Leuchte. Also gut, ich bin's ja, der einen so scheiße kämpfen lässt, aber... Ach so, jetzt sind wir soweit ganz gut. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Oh, 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 oh! Gut, da ist wahrscheinlich hier oben etwas, wofür wir eine Schatzkarte brauchen. Oder vielleicht eine Schatzkarte selbst. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Ah, ja. Ah, ja, wahrscheinlich liegt hier oben ein Schatz. Aber den wird man natürlich nicht finden ohne Schatzkarte. Elend! Oder es ist ganz anders. Hm. Kann ich hier vielleicht noch auf den Gegner umschleichen? Da liegt was. Eine Kiste. Nicht mal verschlossen. Ah, ja, klar, das könnte ja nichts sein. Oha. Puma. Ne, Panda. Außer Reichweite. So ein Mist. Da müssen wir irgendwie sachte besser rankommen. Ich bin bei dir. Da kommt ich hoch. Verdammt. Wo ist er hin? Da, da ist er. Scheiße. Komm. Jawohl. Einmal erwischt. Patty ist wahrscheinlich schon wieder auf dem Weg nach unten. Ach, da ist Patty. Ich komme zur Rettung, Patty. Warte auf deinen strahlenden Ritter vom Felsen. Oh, du bist fertig. Okay. Oh, oh, oh. Das ist so gut. Ich habe Patty ja noch nie gesehen. Es gibt Grinsen. Oh, schwarzes Mistvieh. Und ihr da? Ja, ja. Gut, die Krallenaffen haben wir mit erledigt. Den Panther haben wir erledigt. Da hat Patty fast umgelegt. Was haben wir hier? Leichen. Alter, bediene ich an der Leiche. Bediene ich an der Leiche. Oh, verdammte Arzt. Fackel. Gold. 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 Und Überraschung. Gold. Finde ich gut. Alter, jetzt durchsucht die Leiche. Schade, wir haben bestimmt was praktisch mit dabei gewesen. Uh, noch ein Kistchen. Das holen wir uns auf jeden Fall auch. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, noch ein paar Minuten. Ja, ganz toll. Na, dann geben wir doch noch mal einen, ups, charmanten Schritt über die Brücke. In diesen formschönen Dschungel. Stehen wir hier unten irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Da können wir uns dann später noch mal umsehen. Na, der Birgeranke, die nehmen wir mit. Ja, genau. Langsamer kenne ich die Pflanzen. Hier scheint aber auch nichts weiter zu sein. Ich bin aber trotzdem vorsichtig. Oh, du was. Zwei Panther. Zwei. In Worten, zwei. Ach, du Scheiße. Ja, ja, schon klar. Wow, fuck. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ah, zum Glück sind die Beide da auf uns zugekommen. Wuff. Uh, scheiße. Das war echt, wuff. Ja, genau. Überdub ich mich mal. Oh, fuck, fuck, fuck. Du Dreckviel. Ich blase hier eine Kugel in den Karten. Oh, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Auch hier haben wir das Pantherfell. Ich weiß gar nicht, wie viel das wert ist. Bestimmt schon ein bisschen was, oder? Ich meine, die Viecher sind ja nicht ohne. Hm. Gut. Pulvermoon. Nehmen wir mit. Was ist mal hier hinten? Da oben ist wieder ein Kistchen. Und hier finden wir... Äh, ich vermute mal später einen Schatz. Langsam erkennt man so die Stellen. Wobei, wir wissen es ja noch nicht. Kann natürlich auch was ganz anderes sein. Ja. Kistchen. Ja, gut, 20. Da wird nichts Großartiges drin sein. Wenn ich Glück habe, vielleicht eine Flasche Rum. Eine Fackel und ein paar Kugeln. Proviant und Geradestein. Na, ich war doch nah dran. Ähm. Ja. Offensichtlich war es das auch schon. 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 Und das heißt für uns ja erstmal folgendes. Wir müssen anscheinend in das Tal da unten rein. Hm. Ach so, da hinten war eine Wegabzwergung. Ach so, alles klar. Okay, ich hab's gesehen. Ich weiß jetzt, wo wir lang müssen. Wir haben mal wenigstens hier ein bisschen aufgeräumt. Das ist ja eigentlich ein guter Name für die Folge. Hm. Was ist denn in dieser Folge so passiert? Wir haben Fässer gesucht. Wir haben Panther erledigt. Wir haben... Unser Äffchen ist gestorben. Das kommt in die Folge. Auf jeden Fall. Farewell, Monkey Friend. Ja, genau. Das ist... Oh. Unser Äffchen. Das hat nur nicht mal richtig Gelegenheit, jemanden die Scheiße unterm Arsch wegzuklauen. Nur einmal konnte er was klauen bis jetzt. Niemand legt sich mit einer Stahlbart an. Ja, ja. Den Satz, den kenne ich. Der ist allgemein bekannt, ja. Oh. Unser armes Kleines. Ah, Gold legt. Komm her. Ich will mal ein Äffchen wieder haben. Sieht so aus, als hätten sie hier ein Tier erlegt und es... Schau, jetzt habe ich es abgebrochen. Na gut. Das sieht mir aber eher danach aus, als hätte hier irgendwas die Leute gefressen. Was ist denn das da hinten? Blaukrallen. Ja, die können heftig sein. Ich bin bei dir. Oha. Oha, 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 oha. Wupp. So. Komm. Was war's das? Ne, da ist noch einer. Ich sehe sie doch. Da. Oder? Hä? Spinne ich? Ah doch, Tatsache. Was hat die denn da gemacht? Bitteschön. Jawohl, ja. Ich bin echt ein geiler Affenschütze. Irgendeinen habe ich übersehen. Oh, Maki-Behra-Primi. Mit. Natürlich. Schädel. Kann man nicht mitnehmen? Man übervorsichtig. Für die Truhe bin ich jetzt hierhergekommen? Na, das war jetzt ja nicht so der Oberhammer. Ich habe nichts gesagt. Never. Wir haben jetzt die Schwergege vom Sturmwind. Ich glaube, wir haben jetzt alles vom Sturmwind, oder? Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie eine Anleitung dazu und müssten schmieden lernen. Dann haben wir den Sturmwind. Und wisst ihr, wofür halt eben Sturmwände echt geil sind? Abtrünnigen Piratenkapitäne, die sich Mare verschworen haben, den Arsch aufzureißen. Und zwar ordentlich. Nicht nur irgendwie so dezent. Nein. Blutig und kilometerweit. Ich glaube, wir kommen langsam da ein bisschen näher. Ich würde dann damit sagen... Leute, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Leute, macht's gut bis dahin. Ciao.